ja warum desto oben immer wieder kommt ich habe keine ahnung ich bin da nicht so bewundert drin wandert drin aber was soll es leute herzlich willkommen zu don't be afraid ab keine angst glaube ich irgendwie so oder fürchte dich nicht irgendwie so in die richtung bedeutet das glaube ich dieser name und ja dann kommen wir kurz in die settings kann ich das ganze auf deutsch umstellen ja bitte portugiesisch ne polski deutsch deutsch da haben wir deutsch deluxe einstellung auf deutsch herzlich willkommen neues horror game einem in die horre sonntag ein altes horror geben wir haben kam im jahr 2022 raus don't be afraid und wir schauen einfach mal rein kann nichts dazu sagen ich habe keine ahnung was soll ich jetzt noch sagen stück auf neues spiel ja wir machen einfach wir machen einfach let's go hallo mr franklin starke arzneien noch er kommt mir kommt vielleicht verwerbs rüber sorry ist so okay vielleicht ist es ja auch man muss doch was überprüfen er ist der report servus mein guter okay der perverse hat uns eingesperrt wir sind irgendwo bei dem mit drin wir sollen warten da muss noch was erledigen hätte ich so irgendwie die richtung ging es nur ich sage jetzt der perverse ist es war schon arg schon arg struppisch war er wilde und sie wird die gesellschaft leisten sie mit der machete in der hand aber sie ist tot glaube ich noch haben wir das ding bitte nicht in der hals ich habe dich nicht so da aufgehangen ich habe einen geheimen gang entdeckt noch bevor ich die steuerung entdeckt habe so bin ich lmb was ist das interagieren ich kann kerzen nehmen okay ich habe eine kerze mitgenommen kann ich noch mal ablegen hier habe ich jetzt halt in der hand dann gehen wir hier lang wir flüchten jetzt hier ist wasser und wasser macht dann unsere kerze wahrscheinlich aus ja es ist zu dunkel vorstarrigen wir haben ein schlüssel ring bekommen der hilft uns alle schlüssel zu tragen die wir jetzt finden und im dunkeln hat dazu viel angst aber was wird er jetzt left shift was 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 soll das symbol was soll ich damit machen jetzt habe ich mir die schublade aufgemacht okay dann lesen wir mal kurz notiz aus dem keller der patient hat aufgehört einen ton von sich zu geben nach dem aufschneiden seines gesichts musste ich die augenhüllen komplett wegschneiden um die mundhöhle zu öffnen und neue zählen träne anzunähen verständlich vollkommen verständlich das muss halt sind wenn man gesicht aufschneidet muss man wieder sprinten oder was soll das heißt was soll das sind sprint ach so das ist das sprinten erklärt er okay gut ich komme direkt raus der will vielleicht dass wir raus kommen spiel starten 1 2 3 4 ja ein medikit nimmt das geil bell mit sind wir warum sind wir so klein sind wir ein kind sind wir ein kind wir sind gerade mal so hoch und der körpergröße knapp über dem griff hier sind wir ein kind schlüssel finden das gefällt dem perversen anscheinend okay wir haben den perversen kranken und irgendein was war das geist mechanik was war das okay hier geht es die kerze wieder aus das heißt hier kann man nicht lang er hat gesagt die kinder wollen nicht sehen ein schlüssel hat es sehr gut gemacht bis ein feiner hat mappchen die finger kriegen zwei was ist das zwei zwei hier hoch warum zwei ja hier nicht hier geht die kerze aus und dann ist es zu dunkel aber wir haben den schlüssel bekommen geht das jetzt hier auf ja hier braucht man so ein rädschen für das wasser abzudrehen vermutlich ich danke schön 1 1 kreis rund ich habe nichts um das zu tragen außer deine hände ja dann lass es hier wir haben irgendwas ausgedreht vielleicht jetzt das wasser diese roten augen rote augen erinnern mich immer an diese damalige x-faktor folge rote augen hat mich sehr lange begleitet auf meiner kindheit geh ruhig in die was geh ruhig durch das jungleiter volk den haben wir verdient wir sind ein kind glaube ich komme wie groß wir sind wir sind sehr klein abgeschlossen hier kommst du nicht durch zahnräder ja mach den schalter um ja dann ja warte ich darf hier ich kann nichts drücken okay das ist eine kamera kann ich mit der kamera was machen da ist ein ball ich kann ja nicht springen die stocken kann ich auch nicht hm d1 irgendein pümpel der nach unten zeigt hast du ein pümpel ah die macht die arme hoch dann machst du die arme hoch hier nee ja warum sie hat doch die arme oben sie kann den arm an dir vorbeimachen aber du nicht so irgendwas hat sich verändert ich weiß nur nicht was wir haben halt jetzt die arme hoch und freuen sich hier ist auf schicksal hat meine kerzen ausgeblasen es ist zu dunkel furchterregen kann ich rückwärts da rein gehen sterbe ich dann ok er geht nicht weiter von alleine und der pustet wir müssen hinter ihm vorbeigehen ok dann pustet er die kerzen vielleicht nicht aus nächster wäre so die nächste idee weil man hört ja ein deutliches pusten also pusten geht nur vorwärts hat geklappt was war was ist das für ein klipper diesen schalter wirst du nicht umlegen junger freund das ist mein schalter was ist mit ihm ja wir haben schlüssel gefunden ich muss sie zuerst befreien ja wer ist sie vierste fatum am 12 september stimmt yeah sie befreien ich habe ich habe einen schlüssel bekommen habe ich ein inventory blutig blutig schlüssel und schlüssel ring haben wir wir haben blutig schlüssel kann ich mit blutig schlüssel vielleicht Tür Nummer 1 aufmachen ich kann aber rennen ich muss ja nicht schleichen mit blutig schlüssel der geister vorhin auch schon so in der mitten im raum ich habe den jumpscare verpasst ich habe gerade in den chat geguckt ist was passiert der geist ist einfach nur verschwunden da stand der ne hier brauche ich zwei schlüssel wahrscheinlich zwillings schlüssel oder so hier geht es aber lang hier haben wir blut auf dem boden und eine maske und ein auge ich habe nichts um das zu tragen doch du hast ein gesicht hier eine maske tut mir leid zoi ich habe nichts um das zu tragen äh ok ich frag dann mal die person da hinten zoi möchten sie eine gratis gratis mütze tut mir leid ich habe nichts um das zu tragen ok ich habe nichts um das zu tragen ok alles klar also ja will er nicht hat er keinen bock drauf rucksack keine ahnung habe ich noch keinen gesehen ja ist ja ich wollte nur kurz checken wollte ja nicht zu nahe kommen sie sie wirkt sehr übel ich hoffe die verfolgt uns nicht noch im laufe des games ja und jetzt äh ich habe einen rucksack ja hier ist hier schien ja richtig hier ist ja nichts mehr hier war der geist hier ging es lang aber hier öffnen kann ich nichts die puppe hat eine halskette ja stimmt ich habe nichts um das zu tragen ja die puppe die hat keinen halskette die da puppe wirkt oh das wäre jetzt tatsächlich eigentlich das letzte gewesen was ich gemacht hätte die irre mit dem messer mit der machete hier frei zu lassen aber ok lass sie mal machen war sie das da liegt noch ein brief kann ich nicht lesen ok ich gehe einfach mal hier lang sie scheint uns nur zu jagen soll ich hier ist ah das wasser haben wir ja ausgemacht hier können wir lang warum oh gott warum habe ich die puppe los gemacht warum hier hier waren wir hier waren wir ne ja hier waren wir auch hier waren wir schon ah jetzt ist offen jetzt der rucksack rucksack erhalten die sind der beste spieler der welt niemand ist so gut wie sie sie sehen hervorragend heute aus außerdem riechen sie ziemlich gut ich wünschte ich könnte so sein wie sie sie haben den rucksack erhalten das sind so die sachen die in einem gamer dann vorgehen der sound war irgendwie unpassend wie bei der preis das heißt zwei ich hab die eins ich mach zuerst eins ja du musst mitmachen zwei ja jetzt habe ich eins schon betätigt jetzt jetzt sehr gut er will heute nicht wo ist sie wieder im bieber waren sie sind sehr gut sie haben das spiel gelöst ihre intelligenz übersteigt die meiner bei weitem warum schreie warum schreit da hinten jemand wehe du sprengst mich jetzt an bleib ja von mir weg ist die alt mit dem messer ne warum habe ich die losgemacht weil exilia das geschrieben hat macht macht die von den ketten los bei mir in den rucksack ich kann die maske jetzt mitholen kassette tagebuch kassette gleich ich space überspringen was was oh seht ihr da oben den fleck oben rechts jetzt ist er da jetzt ist er weg jetzt ist er da jetzt ist er weg da weg seht ihr ihn da weg nochmal nochmal da weg 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 du bist nicht das erste kind das auf meinem spielplan sie sagt kleine dreckige ok den müssen wir töten Den töten wir definitiv. Dann spiele mal weiter. Ja, dann höre ich mir das Tape eben nicht an und dann... Ja, aber ich muss wahrscheinlich für den Spielfluss. Also werde ich gezwungenermaßen dieses Tape jetzt anhören. Ähm, Tagebuch. Wie komme ich denn das Tagebuch? Da, hier. Ähm... Der Patient hat aufgehört einen Ton von sich gegeben. Nach dem Aufschneiden seines Gesichtes musste ich die Augen... Also, das ist was? Schlüsselring. Hä? Das minus... Kassette ist im Tagebuch. Aber die ist nicht im Tagebuch. Ich bin ja im Tagebuch, oder nicht? Anmerkungen. Hier ist... Ah, Bender. Ah, bei Bender. Ich habe die Kassette doch gerade aufgehört. Ein bisschen da. Achso, ich habe nur den Kassetten... Ah! Okay, ja, jetzt. Jetzt können wir uns das Journal anhören. Rechte Hand Puppe. Ja, linke. Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe es ein bisschen... Ich habe es ein bisschen später entdeckt. Ich habe es ein bisschen später entdeckt. Aber ich habe es entdeckt. Let's go. Wir hören rein. Was haben wir hier? Aren't you ein bisschen zu alt für mich? Fuck you! Ja. 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 Ich habe es nicht. Ich habe die Strecke zu den, was zu bestauschen ist. Es ist so hervorragend. Hehehe. Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Hehehehe. Hehehehe. Hehehe. 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 Hehehehe. Hehehehehe. Hehehehe. ich hoffe ich habe euch jetzt nicht erschreckt mit meiner kleinen parodie ihr müsst mir glauben das bin ich nicht wirklich das war ich nicht das ist die alte messer so der will ich eigentlich ehrlich gesagt hier ist ein guter fluchtweg hier können wir uns verstecken okay 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 dann kommen alter mit dem messer vor ihr habe ich respekt ich habe eine kerze mit offenem feuer und überall holz rum liegen ja ich habe einen höllen respekt vor ihr bitte bleib da vor allen dingen wenn ich mich jetzt rumdrehe weiß ich nicht so genau wo ich hin muss jetzt bevor sie mich verfolgt bleibt einfach da hinten stehen und die welt ist in ordnung was haben wir jetzt gemacht wir haben im rucksack habe ich was in dem rucksack oder muss ich ja die maske muss ich ja mitnehmen hier ja okay nehmen wir die maske mit wir haben die maske jetzt kann ich was damit machen ich hab die maske servus mei guter wie geht's total wunderbar und hier okay die dreht sich jetzt rum wahrscheinlich und jagt uns aber ich weiß nicht wo ich hin muss das heißt wenn wir jetzt gejagt werden diese wahrscheinlichkeit des todes sehr hoch viel zu hoch hier kann man nicht durch naja nicht rumdrehen lass mich bitte in frieden ich habe angst vor dir ja ich gibt es zu ich habe angst danke für die bis wir haben die maske was machen wir mit der maske was machen wir jetzt mit der maske ich habe eine kerze in der hand wir haben das tonband angeht da geht es nicht unbedingt runter hier können wir mit einem haufen anderen kindern spielen der macht uns die maske aus ja hier war nur der rucksack drin das war schalter 2 und das ist schalter 1 schabba 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 schabbel schneide mich ich habe hier noch ein seil da steht schneide mich Wir haben aber nichts zum Schneiden. Das heißt, uns fehlt ein Schneidebergzeug. Das hat sie doch. Ah, hier ist eine Schere. Warum? Ein Brief. Ich liebe dich. Deine Ella. Gegenstand Goldfisch mitgenommen. Goldfisch und wir brauchen noch Goldkörper. Oder den Fisch legen wir in die Hände eines Körpers. Der Fisch muss in die Hände eines Körpers, der aufrecht steht. Und wenn es geht, nicht über den Kopf hängen. Ah, ich hätte da noch eine Idee, wo ist denn unser Schalterfreund? Vielleicht kann der den Fisch halten und dann hört er auf, den Schalter festzuhalten. Nee, der hat keinen Bock auf den Fisch. Warum hat der keinen Bock auf den Fisch? Fisch ist doch geil. Nimm den Fisch. Du willst den Fisch. Nimm den Fisch. Hm. Ach, du willst den Fisch. Willst du den Fisch? Kann ich dir den Fisch geben? Nee. Ah, sie hatte die Bänder in der Hand. Oh, die Maske an die Psychopathenpuppe anlegen. Ich will die Maske nicht an die Psychopathenpuppe anlegen. Aber das könnte tatsächlich sein. Das könnte... Guck dir sie an. Ey, die ist erstens mal ist sie 2,20 Meter groß. Dann hat sie ein Riesenmesser. Und guck mal, wie sie schon grinst. Also irgendwie... Aber, ja... Ich kann, Gott sei Dank, ich kann die Maske nicht ausrüsten. Gott sei Dank. Also vor ihr habe ich noch ein bisschen Respekt. Aber ich kann tatsächlich nichts mit ihr machen. Sie steht nur da. Gibt es den Fisch? Oh, das war so gut, Mann. Oh nein. Oh, ich hänge. Ich hänge. Ich hänge. Oh, warte. Ich habe mich kurz wieder hochgepackt. Aber es geht. Bin wieder draußen. Ja, Tino macht ja momentan leider gar nichts mehr, ne? Weil, äh... Internet ist scheiße, ne? So wie ich das mitbekommen habe. Tino ist ja leider, äh... out of... gefecht. Derzeit. Richtig leider, ja. Leider. Oh. Kindliche Zeichnung. Jetzt habe ich was mitnehmen können. Weil wir haben ja... Ich kann die nicht angucken. Ich habe jetzt zwar einen Rucksack, aber ich habe... Ich habe kein Inventory. Nicht wirklich. Ich habe jetzt die Zeichnung zwar mitgenommen, aber benutzen gezielt kann ich sie nicht. Eins und ein Kreis. Aber wir haben eine Zeichnung. Vielleicht hilft die uns weiter. War das die von dir? Ah, sie stand doch an der Wand. Ist dann vielleicht bei ihr irgendwas frei? Geworden. Weil sie stand ja hier. Jetzt ist sie nicht mehr hier. Schlüssel haben wir hier auch nicht. Und hier war nur die Maske. Jetzt haben wir eine kindliche Zeichnung. Das war der Raum, in dem wir gestartet sind. Sie, sie sieht doch aus, als könnte sie was... Aber ich kann nichts anderes in die Hand nehmen. Weil ich hatte ja jetzt... Was habe ich aufgenommen? Mit Schlüssel? Ich hatte irgendwas aufgenommen. Aber sie kann auch... Ich kann nichts auswählen an Gegenständen. Hier ist ein Mega-Versteck. Wenn die uns nachher verfolgen, es geht direkt hier hin. Der Fisch. Genau. Wir hatten den Fisch. Hier ist eine 2. Warum ist die rot? Heißt das vielleicht, dass ich die 2... Die 1 war ja grün. Muss ich die 2 vielleicht rot lassen? Damit die grün wird? Quasi... Ah, die 2 muss rot sein. Okay, doch. Vielleicht ist das der Schlüssel für die Tür. Danke für die Bitsminz-Tasche. Und äh... Ah! Und schon habe ich das Ding. Okay, dann muss die 3... Müssen wir rausfinden, welche... Die 3 und die 4 noch. Welche Farben die haben müssen. Für die Tür zu öffnen. Mindestens eine. Die andere kann man dann raten. Was soll das überhaupt? 1? 1 Hebel nach unten. Ah! Bei der 1 muss der Hebel nach unten. Und die 3 muss... Auch rot sein. 1 Hebel nach unten, 3 rot. Oba hat er keinen Kopf mit dem Fisch mit dem Hebel, ja? Stimmt. Und hier sind überall eine 2. Nein, du bist hier... Also hier halt die Puppe, die Stellung. Versuch mal. Und die 4 ist grün. So, 4 ist grün. So, nicht abstechen, bitte. Ah, okay. Rätsel gelöst. Was? Sag mal, wir haben hier 5 vor 12. Es ist 5 vor 12, Leute. 5 vor 12. Ah, eine neue Kassette. Hör mal rein. Ein Band aus dem Keller. Das. Ein Band aus dem Keller. Shit. Ich hoffe, dieses Stück von Schmuck funktioniert. Es ist Andy. Der Psycho-Guy? Franklin hat mich hier verraten. Er gibt mir Essen und hat mir einen Ort zu schlafen. Der Psycho-Francklin. Recently, ich habe einen Krieg gehört. Das ist wahrscheinlich ein anderer Kind. Du... Wenn du das hörst, das ist ein großartiger Job. Du hast die Klänge, die ich für dich gelegt habe. Für dich. Von jetzt an, ich will dir guide dich. Franklin ist auf jeden Fall, den wir machen. Das ist, warum ich die Klänge in die Plätze gelegt habe, in die die Kameras nicht zu erreichen. Jede Nacht, ich warte, bis die Schritte sind silent und dann rauskriege durch die Fenster. Ich muss einen Weg finden, aber dieses Haus ist ein verdammter Schmuck. Es ist so verdammt. Ich wünsche mir Glück. Also, Psycho-Francklin beobachtet jeden unserer Schritte. Und, ähm... Der gute Kerl vor uns, ich hoffe, er hat überlebt, hat uns die Hinweise hinterlassen. Was eigentlich ganz von Vorteil für uns ist. An Orten, an denen die Kamera nicht hinsieht. Mehr nicht? Der Voyeur. Voyagerie. Oh, ich bin der Voyeur. Welchen Geschmack? Oh, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, es ist... Also, die Sorte heißt Ragnarök. Und ich glaube, es ist Honigmelone, Ananas, Eis, irgend sowas in die Richtung. Was die heutzutage da reinmischen, ist geil, der Geschmack. Aber, was genau? Ich kaufe ja mein Liquid in Frankreich. Wir wohnen ja grenznah und dann kriege ich das ja zu einem Achtelpreis wie in Deutschland. Ich kenne dich, habe ich auch drin. Ist mega, oder? Ist das Beste. Saralogen, servus. Oh mein Gott, das ist... Ei vom Pief, ei klar, vom Pief. Egal, was ich dazu sage. Was? Was? Wozu tu? Voyeure, der kleine Flo hat ein Fremdwort gelernt. Oho! Egal, was ich dazu sage. Es kann nur nach hinten... Ja, am besten nix da an, Flo. Wenn ich so Nachrichten lese, die dann an mich gerichtet sind im Stream, dann versuche ich die immer so gut es geht weg zu ignorieren, wenn ich keine Ahnung davon habe, wovon der Chat gerade mal wieder redet. Und das kommt öfter vor, wie ihr denkt, Leute. Ich versuche mich immer nicht dabei erwischen zu lassen. Gut, und selbst... Ja, ja, doch, eigentlich ganz gut. Wir sind in einem Kellerloch gefangen, in dem Game, ich vermute, von einem perversen... Ich traue mich kaum auszusprechen, aber da wir sehr klein sind, vielleicht von einem... Ich traue mich kaum auszusprechen, aber wir sehen ja hier, auf einem Plus-18-Stream Pädophilen. Unsere Körpergröße ist wirklich sehr gering. Er redet auch von Kinderleihen die ganze Zeit, mit denen er gespielt hat, also ist nicht ganz so koscher, das Game. Und, äh, ja, wir versuchen hier auszubrechen und im besten Fall den Kerl zur Strecke zu bringen. Äh, ist noch recht früh im Game. weil gesehen und passiert ist jetzt noch nicht wirklich viel, wir lösen nur ein paar Rätsel. Ähm, skurril ist, dass sich diese große Puppe hier schon bewegt hat. Und der traue ich nicht so ganz. Nicht wirklich noch keinen, nein, der traue ich nicht. Also, wir haben... Wir haben zwei Bänder, wir haben Schlüssel und müssen irgendwie... Ah, die Bänder suchen, wo die Kameras nicht hinschauen. Das hat er uns gesagt. Also, wo keine... Wo keine Kameras sind, finden wir vielleicht noch Bänder, dass wir uns da weitere Informationen anhören. Das könnte ich mir jetzt noch so vorstellen. Die goldene Puppe. Da ist die goldene Puppe für den Kopf ohne Fisch. Bin ich behindert? Stimmt, weil die Stücke labern. Niiiih! Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Dankeschön dafür, Textil, ja. So, goldene Puppe hat den Kopf. Also, er hat den Fisch. Was ist jetzt halt passiert, ne? Ich hab irgendwo Schritte gehört. Ja, denn... Warum? Was ist? Hä? Hat die die Machete geworfen? Nur wohin? Die hat die Machete nach uns geworfen, die Puppe. Der hat doch auch noch was in der Hand. Was ist denn das? Gib mir den Fisch. Die Nautilus. Und hier will ich stimmen. Wir kommen aber nicht runter. Ich komme auch nicht. Hier sind lauter Zweier. Warum kommen wir hier nicht? Hier zwei, zwei, zwei. Was hat die Zwei damit zu tun? Hier ist auch noch... Ah, der Mann ist weg. Der den Hebel gehalten hat. Also können wir den Hebel umlegen. Und dann müssten die Tore jetzt aufgehen. Hoffentlich ohne großartige Jumpscare-Momente. Kamera und ein Schlüssel. die Kamera sieht uns ja perfekt mit den Schlüsseln. Ah! Um Himmels Willen. Ja, 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 ja. Lass mich einfach nur hier vorbei. Ich werde immer kleiner irgendwie, aber wir sind nicht wirklich groß. So, wir haben einen Schlüssel. Schlüssel wofür? Schlüssel zum Keller-Tor. Ich denke, dieser Schlüssel öffnet das Tor im Keller. Okay. Hä? Spezial. Kinderzeichnung mit einem Monster. Diese Zeichnung stellt ein Monster mit einem Messer in der Hand und einem Mann da. Psychopathen-Maske. So eine Maske hatte Franklin. Könnte nützlich sein. Kann ich die anziehen? Nee. Sollst du nicht ein Kind sein? Ja, ich weiß es nicht. Im besten Fall für den Träter. Was ist mit dir? Darf ich hier durch? Oder? War ich vorhin ja nicht so bedrohlich da gestanden? Ja, das war der Tipp mit dem Fisch. Das haben wir gemacht. Mannschaft, komme ich jetzt nicht hier durch. Kann ich mich stucken? Ich komme hier nicht durch. Die wollen irgendwas. Irgendwas muss ich denen in die Hand geben. Schnaps. Schlüssel zum Keller. Hat man das gelesen? Ja, ne? Nee, hat man nicht. Marionetten helfen mir dabei, mich zu erholen. Das sind Menschen, die nicht sprechen, dafür aber interessante Geschichte erzählen. Wenn man sie entsprechend aufstellt. Du weißt doch, dass ich nicht gut mit sozialen Kontakten umgehe. Deswegen bitte ich dich, hau ab und erlaube mir, mich normal zu fühlen. Was? Der Einzige, der sich gerade hier normal fühlen will, bin ich. Und ich fühle mich hier alles andere als normal gerade mit euch. Nehmen wir doch zumindest das Messer mit oder so. Können wir uns ein bisschen wehren. Aktuell haben wir Kampfkraft 0. Ja, ach so. Das war einfach nur er, weil wir auch vorne dran vorbeigelaufen sind. Was ist das? Warum? Ach, der Hebel nach unten, die 1. Ja. Hm. Ich kann denen hier irgendwas in die Hand geben, aber mehr auch nicht. Ansonsten komme ich hier nicht durch. Das ist... Irgendwas fehlt denen. Ich weiß jetzt was. Bei Tonys hätte ich denen jetzt eine Pizza gemacht. Aber jeder beruhigt. Aber ich komme hier nicht durch. Irgendwas müssen wir machen, Leute. Ich kann denen was in die Hand geben. Nur was. Das ist die Frage. Danke. Siss. Danke. Ich habe mich gebraucht. Genau das habe ich gebraucht jetzt. Der Walner. So. Hm. Frage ist, was? Oder sieht er uns mit der Kerze? Muss ich vielleicht die Kerze loswerden? Wäre jetzt die nächste Instanz versuchen, ohne Licht irgendwie ein Rätsel zu lösen? Weil mit Licht hat er uns ja irgendwie im Auge. Ah, es sind die drei mit dem Arm hoch. Das ist ein Rätsel, dass es zu lösen galt. Wahrscheinlich diese hier. Irre ich mich? Oder ist die Puppe mit dem roten Ball? Ja. 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 Wir müssen den Ball suchen. Guck mal, da ist er sogar abgebildet. Okay, wir suchen den Ball. Sehr gut, Leute. Ich stand doch hier irgendwo. Wir suchen den Ball. Den können wir denen vielleicht in die Hand geben. Und dann geht es weiter. Da. Ja, mit dem Ball. Mach nicht weinen. Juhu. Deluxe aufgepasst. Ah, ja. Okay, der pustet wieder aus. Wenn wir irgendwo in die Blickrichtung kommen, ne? Ach, komm. Ich muss vermutlich mit Kerze da durch. Deswegen holen wir jetzt direkt nochmal eine neue. Oder machen unsere alte an. Wir machen unsere alte an. So, Achtung, Leute. Ähm, der pustet. Ach, komm. Ich war doch gar nicht. Ja, ich muss hier auf jeden Fall mit Kerze durch. Interessant. Sehr interessant. Oh, die hat irgendwie andere. Ah, die pustet auch. Ah, die pustet auch. Ah, der pustet auch. Ja, die pusten alle gar. Aber hier sind ja auch Kerzen. Also, ich müsste, ich will nur mal den Weg kennen. Hier lang. Hier lang. Hier zwischen denen durch. Und dann hier rum. Das ist der Weg, ohne Kerzen ausgepustet zu bekommen. Zack. Zack. Und hier. So. Hallo. Sie ist übel. Die jagt uns gleich noch. Hm, okay. Ja, was haben wir jetzt neu? Was haben wir jetzt neu, was wir vorhin noch nicht hatten? Das ist die Frage. Wir haben noch ein Bild, ne? Mit Zeichnungen. Schlüssel. Kellertür, Schlüssel. Genau. Wo ist die Kellertür? Ah, ist das die Tür, wo sie davor steht? Bestimmt. Ja, klar. Ja, klar. Und sie steht dann hinten dran. Also, nicht die schlechteste Art von Türen und Schlüsseln. Das sind ein Bild, hoor. Vielen Dank.